Nein, ich sei einfach Leute, ich rede nicht, Mann. Ja. Was sagst du? Wo hast du jetzt hingegangen? Weiß ich nicht. Oder, ihr macht alles zu kompliziert, ja. Ich weiß nicht, das freut mich irgendwie zu viel. Deswegen musste ich raus, einmal kurz durchatmen. Weil, kennt ihr, manchmal muss man einfach raus und kurz frische Luft atmen und kurz seine Gedanken sortieren.